Stirbt die Ukraine gerade leise? Die Ukraine kämpft mit seit Langem bestehenden Problemen der Erschöpfung und Mobilisierung. Wenn wir unsere Strategie nicht ändern, besteht die Gefahr, dass wir daran beteiligt sind, dass der langsame Tod der Ukraine organisiert wird. Ob das leise passiert, da habe ich meine Zweifel, weil es werden ja Hunderttausende Millionen flüchten, viele davon werden zu uns kommen. Die Welt hat Polikrise, Nahe Osten, Terror, Extremismus, you name it. Und währenddessen kämpft die Ukraine weiter ums Überleben. Die waghalsige Operation in Kursk hat bislang nicht die große Wende gebracht. Dafür verliert die Ukraine im Osten des Landes an Boden. Langsam, aber kontinuierlich. Gleichzeitig spricht Zelensky aber plötzlich vom Sieg und sagt der BBC, man sei dem Frieden näher als gedacht. Haben wir die Kriegswende etwa verpasst? An der Front fehlt es Russland zunehmend an Panzern und noch mehr an Transportern. Also kurz gesagt, die Ukraine ist bei weitem nicht am Sterben. Ist also das Gerede vom Nahen Sieg gerechtfertigt oder ist das der verzweifelte Hilferuf eines untergehenden Landes? Sind wir dem Frieden tatsächlich näher als wir denken? Jetzt! Die ukrainische Armee ist im August in einem riskanten und überraschenden Manöver über die Grenze nach Russland eingedrungen und hält seitdem in der russischen Region Kursk nach eigenen Angaben an die 1000 Quadratkilometer besetzt. Also eine Fläche knapp halb so groß wie das Saarland. Die Ukraine hat also mal eben in wenigen Tagen mehr Land erobert als Russland in einem ganzen Kriegsjahr. Das hat natürlich seinen Preis und viele machen sich jetzt Sorgen, dass die Ukraine die Front überstrapaziert hat und nun dafür im Donbass wertvolle Gebiete verliert. Langsam, aber stetig, Meter um Meter rücken die russischen Truppen im Osten der Ukraine vor. Aktuell bedroht ist die wichtige Stadt Pokrovsk. Die Region um Pokrovsk und die Straße zwischen Pokrovsk und Kostjantinivka ist wichtig für den Donbass. Und wenn Russland jetzt nicht nur am Stadtrand von Pokrovsk steht, sondern zum Beispiel diese Straße kontrolliert und möglicherweise auch versucht, Pokrovsk einzunehmen, dann verschlechtert es die Situation der Streitkräfte der Ukraine im südlichen Donbass. Aber das ist die Dimension. Es ist nicht der Krieg verloren oder die Ukraine verloren, sondern die Situation im südlichen Donbass ist dann verschlechtert. Man muss aufpassen, dass man nicht so eine Überreaktion hat, wo man sagt, Pokrovsk ist jetzt in Gefahr, jetzt hat die Ukraine den Krieg verloren. Das ist natürlich Unsinn. Aber es wäre natürlich im südlichen Donbass tatsächlich ein Problem. Gleichzeitig fährt Russland verheerende Bombenangriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine. Nächtlicher Bombenalarm, zerstörte Häuser, Stromausfall. All das zermürbt die Gesellschaft. Und der kalte, harte Winter ist noch nicht mal da. Noch ein Riesenproblem. Russland setzt eine neue Waffe ein, auf die die Ukraine noch keine Antwort gefunden hat. Der Hauptgrund, warum die Russen an der Front immer noch taktische Erfolge erzielen, sind die sogenannten Gleitbomben. Diese Bomben sind zwar ungenau, aber extrem verheerend. Sie werden je nach Typ 30 bis 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt abgeworfen. Gleitbomben sind praktisch nicht abzuwehren. Deswegen kann sich Russland so buchstäblich durch die ukrainische Verteidigung sprengen. Gleichzeitig trifft die Ukraine ihrerseits jetzt immer öfter gezielt Munitionslager auf russischem Gebiet. Beinahe täglich stehen derzeit in Russland weit hinter der Front Waffenlager in Flammen. So schlecht sieht es also für die Ukraine nicht aus. Es ist keinesfalls so, dass die Russen kurz davor sind, das Land zu überrennen. Stichwort Kursk. Die Ukraine ist immer noch in der Lage, sich zu behaupten. Außerdem haben sie in den letzten Jahren Verteidigungslinien errichtet, die weitere russische Vorstöße aufhalten werden. Russland kann vielleicht bis zu einem gewissen Punkt weiter vordringen, aber nicht viel weiter als die aktuelle Frontlinie. Mit der Operation in Kursk hat die Ukraine außerdem eine neue Dynamik geschaffen. Vor einem Monat war die Ukraine noch in einer viel schlimmeren Position als jetzt. Jetzt haben sie Bewegung reingebracht und die Möglichkeit geschaffen, die Richtung des Krieges zu verändern. Also die Operation in Kursk war aus ukrainischer Sicht ein Erfolg. Aber deswegen gleich vom Sieg zu sprechen, ist dann doch übertrieben, oder? Diese Nachrichten aus der Ukraine, dass die Ukraine den Krieg dieses Jahr beenden würde, das ist politische Kommunikation. Nichts weiter. Die Konflikte in Gaza-Streifen, im Libanon und in Israel ziehen die unmittelbare Aufmerksamkeit der Sicherheitskreise weltweit auf sich. Das ist einer der Gründe, warum Zelensky diese Woche in die USA reist und eine große Sache aus seinem Siegesplan macht. Er versteht, wie die Medienlandschaft funktioniert und versucht, die Aufmerksamkeit zurück auf die Ukraine zu lenken, die für viele westliche Zuhörer zu einem Hintergrundgeräusch geworden ist. Das muss er verhindern, um den politischen Druck auf seine Verbündeten und damit die militärische, humanitäre und wirtschaftliche Hilfe aufrechtzuerhalten. Klar, der Krieg endet, wenn Russland aufhört anzugreifen. Aber eben auch, wenn der Westen aufhört, der Ukraine Waffen zu schicken. Ohne westliche Hilfe kann sich die Ukraine nicht verteidigen. Und deswegen muss Zelensky um jeden Preis verhindern, dass westliche Entscheidungsträger die Ukraine vergessen. Deutschland weiß offenkundig darum und deswegen hat Bundesverteidigungsminister Pistorius weitere 1,4 Milliarden Euro Hilfe noch in diesem Jahr angekündigt. Deutschland nennt immer gern die Zahlen und Deutschland lässt sich auch gerne dafür loben oder will sich Applaus dafür abholen, dass Deutschland der zweitgroße Unterstützer der Ukraine ist und die deutsche Unterstützung ist auch signifikant. Aber das ist ja eine kognitive Dissonanz, die das selbst bei mir auslöst, bei vielen Beobachtern auch, wenn man sagt, wir sind der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine, bitte lobt uns. Aber andere Dinge wollen wir auch wiederum nicht machen und wir wollen auch denen entsprechen, die eigentlich die Ukraine gar nicht unterstützen wollen. Ich glaube, man muss sich entscheiden und dann entschieden in eine Richtung gehen. Dieses Hin und Her und diese Zögerlichkeit ist übrigens auch der langsamste und teuerste Weg, den man sich überhaupt lenken kann. Kanzler Scholz hat ja jüngst gesagt, dass er Russlands Krieg oberdumm findet. Der Ukraine werde man dennoch keine Angriffe mit deutschen Waffen weit hinter der Front erlauben, auch wenn andere Länder anders entscheiden. Scholz betont dabei immer wieder, wie wichtig diese seine besonnene und vorsichtigere Haltung ist. Nach wie vor die richtige Haltung? Ich kann sie nicht nachvollziehen, weil ich die Begründung nicht nachvollziehen kann. Und vor allen Dingen halte ich es für falsch, wenn man sich jetzt von den USA, von Großbritannien, von Frankreich, von den anderen großen Partnern der Ukraine entkoppelt und einen deutschen Sonderweg gehen will. Mein Eindruck war, der Kanzler hat diese Äußerung gemacht, übrigens bevor er sich die Friedenspläne von Zelenskyj überhaupt angehört hat, finde ich auch nicht richtig, hat die Äußerung gemacht, um sich im Grunde schon mal von vornherein abzusichern und zu sagen, wenn die anderen sich jetzt entscheiden, das zu machen mit den Präzisionswaffen und mit den Freigaben, ich mache es auf keinen Fall. Das scheint mir eher innenpolitisch getrieben zu sein als von den militärischen Notwendigkeiten. Und grundsätzlich fände ich es besser, wenn Deutschland gemeinsam mit den Partnern handelt. Das war doch auch immer der Grundsatz, auch des Bundeskanzlers selbst. Gleichzeitig muss man sagen, gut, Putin sitzt fest im Sattel. Aber trotzdem hat auch Russland Probleme und kann nicht ewig so weitermachen, auch wenn Putin gerne das Gegenteil behauptet. Beide Seiten haben ein Rekrutierungsproblem. Russland muss seine Ausgaben massiv erhöhen, um neue Soldaten zu bezahlen. Das war auch ein Problem für Russland in Kursk. Die Soldaten dort waren extrem schlecht ausgebildete Wehrpflichtige, die vor den Ukrainern einfach weggerannt sind. So was muss Russland in Zukunft verhindern. Das wird aber teuer. Außerdem dauert es auch, Soldaten auszubilden. Das wird oft vergessen, dass Russland, auch wenn es groß ist, seine Soldaten bezahlen muss und auch ein Ausrüstungsproblem hat. Im Jahr 2025 wird die Produktion mindestens für ein Jahr nicht mehr mit den Verlusten Schritt halten können. An der Front fehlt es Russland zunehmend an Panzern und sogar an Personentransportern. Immer mehr russische Angriffe werden mit Motorrädern, manchmal auch mit umgebautem Quads durchgeführt, weil ihnen die gepanzerten Fahrzeuge ausgehen. Worin sich die Experten einig sind, der Krieg wird nicht deswegen enden, weil die Ukraine sich ergibt. Weil auch wenn die Gesellschaft natürlich müde und ausgelaugt ist, den Russen das Land zu überlassen, das ist für die meisten überhaupt keine Option. Vielmehr sind es laut unserem Sicherheitsexperten Ratsch andere Faktoren, die über die Dauer des Krieges entscheiden. Drei an der Zahl. Erstens, Putin. Der könnte sterben und ein Nachfolger könnte den Krieg beenden. Danach sieht es gerade nicht aus. Zweitens, westliche Hilfe. Wenn die USA und Europa aufhören, Waffen zu schicken, wird es schnell ganz schön düster für die Ukraine. Die dritte Variable ist, ob Russland weiterhin Unterstützung von China erhält. China ist einer der Hauptgründe, warum Russland diesen Krieg führen kann. Nicht, weil sie direkt Waffen liefern, aber sie unterstützen Russland mit wesentlichen Bauteilen für die Kriegsindustrie. Wenn sich keine dieser drei Variablen ändert, heißt das, dass der Krieg noch eine Weile andauern wird, mindestens noch ein weiteres Jahr, wenn nicht mehr. Also, dass der Frieden jetzt so schnell kommt, eher unwahrscheinlich. Vor allem, weil es ja, man kann es nicht oft genug sagen, für Verhandlungen immer beide Parteien braucht. Und dazu ist auch Selenskyj nicht bereit. Auf der Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York hat er sich extrem skeptisch zu Verhandlungen mit Russland geäußert. Russland begeht ein internationales Verbrechen, sagt Selenskyj. Deshalb könne dieser Krieg nicht einfach verschwinden. Deshalb könne dieser Krieg nicht durch Gespräche beruhigt werden. Und Putin will eh nicht verhandeln. Die Russen zeigen keinerlei Bereitschaft für irgendeine Form sinnvoller Verhandlungen. Sie sind überzeugt, dass die Zeit auf ihrer Seite ist, dass sie länger durchhalten als der Westen und sie die Ukraine ausbluten lassen können. Aber diese Sicherheit kann trügen. Wie wir vorhin gehört haben, könnte Russland ab dem nächsten Jahr Probleme bekommen, seine Verluste aufzustocken, sowohl was Soldaten als auch Maschinen angeht. Laut Matthew Schmidt könnte sich im nächsten Jahr das Blatt für die Ukraine wählen. 2025 wird das Jahr der Möglichkeiten für die Ukraine. Und die Frage wird sein, ob die Ukraine genug Soldaten mobilisieren kann, um weiter in die Offensive zu gehen. Ob sie es schafft, jüngere Menschen zu mobilisieren. Aktuell ist der durchschnittliche ukrainische Soldat in seinen 40ern. Es kämpfen also 40 Jahre alte Ukrainer gegen 20 Jahre alte Russen. Das spielt in die Rechnung rein. Also, die Ukraine wird nicht aufhören, sich zu verteidigen und braucht dafür Waffen. Deswegen ist Zelensky auf Werbetour in den USA und trägt vielleicht ein bisschen dick auf, was seine Prognose anbelangt. Zelensky will Frieden. Die Ukrainer wollen Frieden. Das sind doch die, die den Frieden am meisten wollen. Die Russen wollen keinen. Die haben ja einen Krieg angefangen. Frieden gab es ja und Russland hat den Frieden gebrochen. Die Ukrainer sehen sich nur mit einer Situation konfrontiert, wo sie sehen, die Hilfe, die es gibt, die reicht nicht aus, um zu echten Friedensgesprächen mit Russland zu kommen. Und deswegen jetzt dieser Plan, wo man sagt, militärische Stärke, Friedensbemühungen, wirtschaftliche Bemühungen und Garantien für eine Nachkriegsordnung. Das ist das, was zusammenkommen muss, damit es hier Frieden geben kann in der Ukraine. Ist Zelenskys Friedensplan also der Game Changer, wenn die Ukraine dadurch womöglich die Chance bekommt, mit ausreichend Equipment, Russland einen entscheidenden Stoß zu versetzen, der Putin an den Verhandlungstisch zwingt. Was der zu Hause ja wiederum als Sieg verkaufen kann. Aber das ist jetzt eh noch Zukunftsmusik. Bis dahin kämpft die Ukraine weiterhin um jeden Meter. Und darum, die Aufmerksamkeit der Welt nicht zu verlieren. Um eben nicht langsam zu sterben. Wie siehst du den Krieg nach zweieinhalb Jahren? Deine Two Cents gerne in die Kommentare. Und guten Freunden gibt man gerne ein Abo. BR24 ist besser im Abo. Also gib mein Freund. Merci und ich seh dich gesund im nächsten Video.